Gottlose Witze Part 1 Wie nennt man einen depressiven Mann, der vom Hofhaus springt? Am Boden zerstört. Ah, Junge. Warum ist Fußball die gefährlichste Sportart? Weil es geschossen und geköpft wird. Ach, der ist durch mir. Was bestellt ein Kannibal im Restaurant? Einen Kellner. Wie bekommt man Kaugummi aus den Haaren? Like, aber nicht vergessen.